Hintergrund, Bedeutung von Schulstress und dessen Auswirkungen auf Schüler. Schulstress ist ein weit verbreitetes Phänomen, das Schüler alle Altersstufen betrifft. Es handelt sich um eine Form des psychischen Drucks, der durch die Anforderungen des Schulalltags, wie Prüfungen, Hausaufgaben, Leistungsdruck und soziale Interaktionen, entsteht. Die Auswirkungen von Schulstress sind vielfältig und können von leichten Unannehmlichkeiten bis hin zu ernsthaften psychischen und physischen Gesundheitsproblemen reichen. Dazu zählen Schlafstörungen, Angstzustände, Depressionen, Konzentrationsprobleme und sogar ein geschwächtes Immunsystem. Angesichts dieser potenziellen Folgen ist es von entscheidender Bedeutung, wirksame Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Zielsetzung des Artikels Vorstellung verhaltenstherapeutischer Ansätze zur Bewältigung In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Verhaltenstherapie als eine effektive Methode zur Bewältigung von Schulstress. Verhaltenstherapeutische Ansätze zielen darauf ab, negative Denkmuster und Verhaltensweisen, die Stress verursachen oder verstärken, zu identifizieren und zu ändern. Durch praktische Techniken und Strategien bietet die Verhaltenstherapie Schülern Werkzeuge, um ihren Schulalltag gelassener zu bewältigen und langfristig zu einem gesünderen Umgang mit Stressfaktoren zu finden. Grundlagen der Verhaltenstherapie Definition und Schlüsselkonzepte der Verhaltenstherapie Die Verhaltenstherapie ist ein psychotherapeutischer Ansatz, der darauf abzielt, ungesunde oder unerwünschte Verhaltensweisen und Denkmuster zu ändern. Sie basiert auf der Annahme, dass viele psychische Probleme durch gelernte Verhaltensweisen entstehen, die im Laufe der Zeit modifiziert werden können. Ein zentraler Aspekt der Verhaltenstherapie ist die kognitive Verhaltenstherapie, KVT, die sich darauf konzentriert, die Beziehung zwischen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen zu verstehen und zu beeinflussen. Durch Techniken wie kognitive Umstrukturierung und Expositionstherapie hilft die KVT Individuen, negative oder irrationale Gedanken zu erkennen und durch realistischere und positivere zu ersetzen. Die Rolle der Verhaltenstherapie in der Bewältigung von Schulstress. In Bezug auf Schulstress bieten verhaltenstherapeutische Ansätze wirksame Strategien, um Stressoren zu identifizieren, die Reaktionen darauf zu verstehen und letztlich diese Stressreaktionen zu verändern. Durch die Arbeit an der Wahrnehmung und Bewertung von schulischen Herausforderungen können Schüler lernen, ihre Gedankenmuster so anzupassen, dass sie weniger Angst und Stress empfinden. Darüber hinaus fördert die Verhaltenstherapie die Entwicklung von Bewältigungsstrategien, die Schülern helfen, aktiv mit Stress umzugehen, anstatt sich von ihm überwältigen zu lassen. Dies kann von der Verbesserung des Zeitmanagements bis hin zur Anwendung spezifischer Entspannungstechniken reichen. Indem Schüler verhaltenstherapeutische Prinzipien anwenden, können sie nicht nur ihren Schulstress effektiv managen, sondern auch wertvolle Fähigkeiten für das Leben lernen. Diese Fähigkeiten umfassen Selbstwirksamkeit, Resilienz und die Fähigkeit, Herausforderungen auf gesunde Weise zu begegnen. Identifikation von Stressoren. Methoden zur Erkennung stressauslösender Faktoren im schulischen Umfeld. Die Identifikation von Stressoren ist ein entscheidender Schritt bei der Bewältigung von Schulstress. Um die spezifischen Auslöser zu verstehen, können Schüler Methoden wie Selbstbeobachtung und Tagebuchführung nutzen. Diese Techniken ermöglichen es ihnen, Muster und Situationen zu erkennen, die regelmäßig Stress verursachen. Zum Beispiel könnten einige Schüler feststellen, dass Präsentationen vor der Klasse oder bestimmte Fächer besonders stressig sind. Andere könnten erkennen, dass Konflikte mit Lehrern oder Mitschülern zu ihrem Stressniveau beitragen. Durch die genaue Identifikation dieser Stressoren können Schüler und Therapeuten gezielte Strategien entwickeln, um mit diesen umzugehen. Selbstbeobachtung und Tagebuchführung als Werkzeuge. Selbstbeobachtung erfordert von den Schülern, aufmerksam ihre Gedanken, Gefühle und körperlichen Reaktionen in stressigen Situationen zu beobachten. Tagebuchführung ergänzt diese Methode, indem sie ein Medium bietet, um diese Beobachtungen festzuhalten. In einem Stressdagebuch können Schüler notieren, wann und warum sie sich gestresst fühlen, wie sie darauf reagieren und welche Gedanken in diesen Momenten präsent sind. Diese Aufzeichnungen helfen nicht nur, wiederkehrende Stressmuster zu erkennen, sondern auch Fortschritte im Umgang mit Stress zu dokumentieren. Zusätzlich können solche Aufzeichnungen in Therapiesitzungen genutzt werden, um spezifische verhaltenstherapeutische Interventionen zu planen und anzupassen. Die Fähigkeit, Stressoren genau zu identifizieren und zu verstehen, ist ein wesentlicher Schritt zur Entwicklung effektiver Bewältigungsstrategien. Es ermöglicht Schülern, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Schulalltag weniger stressig zu gestalten. Verhaltenstherapeutische Techniken und Strategien. Kognitive Umstrukturierung, Umgang mit negativen Gedankenmustern. Kognitive Umstrukturierung ist eine Schlüsseltechnik der kognitiven Verhaltenstherapie, die darauf abzielt, negative und unproduktive Gedankenmuster, die zu Schulstress beitragen, zu identifizieren und zu verändern. Schüler lernen, ihre automatischen Gedanken kritisch zu hinterfragen und durch realistischere, positive Aussagen zu ersetzen. Zum Beispiel kann der Gedanke Ich werde bei dieser Prüfung sicher scheitern umstrukturiert werden zu Ich habe gut gelernt und Ich kann diese Prüfung meistern. Diese Technik hilft Schülern, eine positivere Einstellung zu ihren schulischen Herausforderungen zu entwickeln und Angst sowie Stress zu reduzieren. Entspannungstechniken Progressive Muskelentspannung und Atemübungen Entspannungstechniken wie die progressive Muskelentspannung und Atemübungen sind effektive Mittel zur Stressreduktion. Die progressive Muskelentspannung beinhaltet das systematische Anspannen und Entspannen verschiedener Muskelgruppen, was zu einer tiefen körperlichen Entspannung führt. Atemübungen, insbesondere die Tiefenatmung, helfen, den Fokus von stressauslösenden Gedanken wegzulenken und das Nervensystem zu beruhigen. Die regelmäßige Anwendung dieser Techniken kann Schülern helfen, in stressigen Situationen schneller eine Ruheposition zu finden. Problemlösefähigkeiten und Zeitmanagement Die Entwicklung von Problemlösefähigkeiten und effektivem Zeitmanagement ist essentiell für die Bewältigung von Schulstress. Schüler lernen, Aufgaben in kleinere, handhabbare Schritte zu unterteilen, Prioritäten zu setzen und realistische Zeitpläne zu erstellen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es ihnen, Überforderung zu vermeiden und ein Gefühl der Kontrolle über ihre schulischen Verpflichtungen zu gewinnen. Aufbau sozialer Kompetenzen, Verbesserung der Kommunikation mit Lehrern und Mitschülern Soziale Kompetenzen spielen eine wichtige Rolle bei der Stressbewältigung. Durch die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten können Schüler effektiver mit Lehrern und Mitschülern interagieren, Missverständnisse klären und Unterstützung suchen, wenn sie benötigt wird. Die Verhaltenstherapie kann Schülern dabei helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu stärken, indem sie Techniken zur Verbesserung des Selbstbewusstseins, des Zuhörens und der Konfliktlösung vermittelt. Diese verhaltenstherapeutischen Techniken und Strategien bieten Schülern praktische Werkzeuge, um den Herausforderungen des Schulalltags begegnen zu können. Indem sie lernen, ihre Gedanken und Verhaltensweisen zu steuern, können sie ihren Schulstress effektiv reduzieren und ihr Wohlbefinden verbessern. Fallbeispiele Die Anwendung verhaltenstherapeutischer Methoden bei Schulproblemen lässt sich durch konkrete Fallbeispiele veranschaulichen. Diese Beispiele zeigen, wie individuell angepasste Strategien Schülern helfen können, ihren Schulstress zu bewältigen und ihre akademische sowie persönliche Entwicklung zu fördern. Fallbeispiel 1 – Bewältigung von Prüfungsangst Lena, eine 15-jährige Schülerin, litt unter erheblicher Prüfungsangst, die ihre Leistung beeinträchtigte. Durch kognitive Umstrukturierung lernte sie, ihre negativen Gedanken wie ich kann das nicht in Positive umzuwandeln, etwa zu ich bin gut vorbereitet und kann mein Bestes geben. Zusätzlich setzte sie Entspannungstechniken vor und während der Prüfungen ein, um ihre Nervosität zu reduzieren. Diese Kombination aus Strategien ermöglichte es Lena, ihre Angst zu kontrollieren und ihre Prüfungsergebnisse zu verbessern. Fallbeispiel 2 – Umgang mit Zeitdruck und Überforderung Max, ein 17-jähriger Schüler, fühlte sich durch die Kombination von Schularbeiten, außerschulischen Aktivitäten und familiären Verpflichtungen überwältigt. Im Rahmen seiner Therapie entwickelte er Fähigkeiten im Zeitmanagement und in der Prioritätensetzung. Er lernte, realistische Ziele zu setzen und Aufgaben nach Wichtigkeit zu ordnen. Diese neuen Fähigkeiten halfen Max, seine Zeit effektiver zu nutzen und Stress zu reduzieren. Fallbeispiel 3 – Verbesserung sozialer Beziehungen Sarah, eine 14-jährige Schülerin, hatte Schwierigkeiten, sich in der Schule einzubringen und positive Beziehungen zu ihren Mitschülern aufzubauen. Durch das Training sozialer Kompetenzen, einschließlich aktiven Zuhörens und assertiver Kommunikation, verbesserte Sarah ihre Fähigkeit, mit anderen zu interagieren. Dies führte zu stärkeren Freundschaften und einem unterstützenden sozialen Umfeld, welches ihren Schulstress deutlich minderte. Diskussion der Ergebnisse und des Feedbacks von Schülern und Eltern. Die beschriebenen Fallbeispiele verdeutlichen, dass verhaltenstherapeutische Ansätze bei einer Vielzahl von Schulproblemen wirksam sein können. Die positive Rückmeldung von Schülern und Eltern bestätigt den Wert dieser Methoden. Schüler berichten von einem erhöhten Selbstbewusstsein, verbesserter akademischer Leistung und einem allgemein reduzierten Stressniveau. Eltern bemerken eine positive Veränderung im Verhalten ihrer Kinder, einschließlich einer optimistischeren Einstellung zur Schule und verbesserten sozialen Beziehungen. Diese Fallbeispiele unterstreichen die Bedeutung individuell angepasster verhaltenstherapeutischer Strategien, um Schülern dabei zu helfen, ihre spezifischen Herausforderungen zu überwinden. Integration verhaltenstherapeutischer Ansätze in den Alltag. Um die Vorteile verhaltenstherapeutischer Ansätze vollständig zu nutzen, ist es wichtig, dass Schüler, Eltern und Lehrer zusammenarbeiten, um eine Umgebung zu schaffen, die die Anwendung dieser Strategien im Alltag unterstützt. Hier sind einige Tipps, wie dies erreicht werden kann. Tipps für Schüler. Setze realistische Ziele, definiere klare und erreichbare Ziele für deine schulischen Leistungen und das Stressmanagement. Dies hilft, Überforderung zu vermeiden und ein Gefühl der Kontrolle zu bewahren. Praktiziere regelmäßig Entspannungstechniken, integriere Techniken wie die progressive Muskelentspannung oder Atemübungen in deinen täglichen Routine, um stressigen Situationen gelassener zu begegnen. Nutze Zeitmanagement-Tools, organisiere deine Aufgaben und Verpflichtungen mit Hilfe von Planern oder Apps, um ein effektives Zeitmanagement zu fördern. Tipps für Eltern. Fördere offene Kommunikation, ermutige dein Kind, über seine Sorgen und Stressfaktoren zu sprechen. Biete Unterstützung an, ohne Druck auszuüben, und arbeite gemeinsam an Lösungen. Unterstütze eine gesunde Work-Life-Balance, hilf deinem Kind, ein Gleichgewicht zwischen Schule, Freizeit und Entspannung zu finden. Ermutige zu Aktivitäten außerhalb der Schule, die Spaß machen und entspannend sind. Sei ein Vorbild für Stressbewältigung, zeige durch dein eigenes Verhalten, wie man effektiv mit Stress umgeht. Dies kann eine positive Wirkung auf dein Kind haben und ihm helfen, seine eigenen Strategien zu entwickeln. Tipps für Lehrer. Schaffe ein unterstützendes Klassenzimmerumfeld, fördere eine Atmosphäre, in der Schüler sich sicher fühlen, Fragen zu stellen und Unterstützung zu suchen. Achte auf Anzeichen von Stress bei Schülern und biete Hilfe an. Integriere Entspannungsmomente in den Schulalltag, biete kurze Entspannungsübungen oder Atemtechniken an, um den Schülern zu helfen, Stress abzubauen. Lehre Zeitmanagement und Studienfähigkeiten, integriere Lektionen über effektives Zeitmanagement und Studientechniken in den Unterricht, um Schülern zu helfen, ihre akademischen Aufgaben besser zu bewältigen. Durch die Integration dieser verhaltenstherapeutischen Ansätze in den Alltag können Schüler nicht nur ihren Schulstress effektiv managen, sondern auch Fähigkeiten entwickeln, die ihnen langfristig zugutekommen. Schlussfolgerung In diesem Artikel haben wir die Bedeutung von Schulstress und dessen potenzielle Auswirkungen auf Schüler beleuchtet. Durch die Vorstellung verhaltenstherapeutischer Ansätze zur Bewältigung von Schulproblemen wurde deutlich, dass es effektive Strategien gibt, um den Umgang mit Stress zu verbessern. Die Grundlagen der Verhaltenstherapie, die Identifikation von Stressoren, die Anwendung spezifischer Techniken und Strategien sowie die Integration dieser Ansätze in den Alltag bieten Schülern, Eltern und Lehrern wertvolle Werkzeuge. Die Fallbeispiele illustrieren, wie individuell angepasste verhaltenstherapeutische Strategien Schülern helfen können, ihre spezifischen Herausforderungen zu überwinden. Durch die Anwendung dieser Techniken können Schüler lernen, ihre Gedanken und Verhaltensweisen zu steuern, was nicht nur zu einer Reduzierung von Schulstress, sondern auch zu einer Verbesserung ihres allgemeinen Wohlbefindens führt. Es ist wichtig zu erkennen, dass der proaktive Umgang mit Schulstress eine gemeinsame Anstrengung erfordert. Lehrer und Eltern spielen eine entscheidende Rolle dabei, unterstützende Umgebungen zu schaffen, die die Anwendung verhaltenstherapeutischer Prinzipien fördern. Letztendlich können diese Strategien Schülern helfen, nicht nur mit dem aktuellen Schulstress umzugehen, sondern sie auch auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten und ihnen Werkzeuge an die Hand geben, die sie ein Leben lang nutzen können.